Heute, am 22.12. nehmen wir ganz viel Papier und Pappe und werden das in der Tonne etwas platzieren und zwischendrin packen wir ein paar Leckerlis. Auch das ist ein kleines Suchspiel. Jetzt noch schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken und dann kann es losgehen. Ich nehme dazu einen Karton. Da haben wir noch einen alten Eierkarton. Den mache ich ein wenig zu. Nicht ganz zu, aber ein wenig. Dann noch einen kleinen ausrangierten Karton und ganz viel Zeitungspapier oder Verpackungspapier. Mittendrin kommen dann ganz viele Leckereien. Ich nehme jetzt kleine Fleischbruststücke. Und dann kann auch die Suche schon losgehen. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Werden. Ich suche. Untertitelung des ZDF, 2020